Hey, ich bin der Engel von HalloVelo. Ich bin gerade auf der Route der Veloparade. Die startet am 5. September um halb zwei auf dem Bundesplatz. Ich bin auch hier dabei und fahre mit. Ich freue mich. Ob Cargo-Bike, Mountainbike, Fixie, ob klein oder gross. Die 6,5 Kilometer länge Veloparade ist für alle ein Vergnügen. Starten gehen wir auf dem Bundesplatz, weiter geht es über die Montbichou-Brücke. Zum Bären graben, die Altstadtstür auf, zurück zum Bundesplatz.